so leute was geht groß geht raus ich starte einfach mal den stream jetzt schon ich warte zwar eigentlich noch weil maschko wollte mitspielen also maschko ich bin online komme rein und costa und so spielt später noch mit mal sehen was man heute hier machen werden ich werde noch gerade mal mir den chat hier entziehen und auf jeden fall noch ein stück trinken hoffe es geht euch allen gut mein tag war heute irgendwie will sich nicht beschissen muss auch mal sein ich weiß jetzt kann ich hier ist ja jetzt mal online wenn ich fange ich einfach schon mal an da komme ich mache einfach mal eine runde einzeln hier los geht es ja das ding einfach mal abgedrückt so läuft alles hat maschko geschrieben ist dein teller auf auf jeden fall ist die scheiße mit amazon gerade an der bagger und muss mal gucken ob das alles geklärt ist weil ich hatte resident evil bestellt sogar zweimal na keine ahnung bei amazon steht ich habe es erhalten ich habe es aber nicht erhalten und bei dhl steht irgendwie was drin keine ahnung fehler mit adresse blablabla und wollte das stornieren aber so einfach war das auf einmal nicht gammerin morgen was geht es war nämlich gar nicht so einfach das zu stornieren weil es stand ja da ich habe es erhalten und konnte nur drücken ja jetzt zurück senden und was weiß ich aber ich habe ja das spiel gar nicht also kann ich ja gar nichts zurück senden aber egal ich mache da den chat auf wird es schon schnell klären lassen auf jeden fall ich habe das spiel immer noch nicht und ich werde das jetzt einfach online hier über ps5 downloaden alter geht mir auf den sack ich wollte es eigentlich über hand haben aber jo wo ist denn hier mein bruder maschko aber zieh mal einen finger kollege wirklich ein aim geht gar nicht es wird mal wieder zeit mal ein sieg hier zu holen ich bin gespannt muss wahrscheinlich mal aufnehmen eigentlich nicht mehr also ich rüber runter gehen faktor wie ich weiß nicht über airport train station kein wort aber ich versuche ich glaube hier geht vor viele runter aber in der neuen wohnung ein internet ist sehr stabil auf jeden fall Oh, Leute, hier liegt ja gar nichts hier oben. Rösch ein. Oh, hier ist doch einer rein. Ja! Ich bin ja auch so bescheuert, ey. Den hole ich mir erst gar nicht. Oh, hier ist eine Goldnütze. Doch, jetzt hole ich mir. Oh, und nichts. Oh, er ist gekommen. Weg hier. Komm, ich nehme die. Renn, 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 renn. Ey, das kann doch nicht sein. Nirgendwo liegen hier Waffen. Ich gehe gleich drauf wieder, ey. Ich sehe es kommen. Na klar, na klar. Nichts, nirgendwo was. Komm, ab ins Flugzeug. Also, wenn in der Kiste nichts drin ist. Wo ist denn die scheiß Kiste überhaupt? Bin ich bekloppt? Die ist im Flugzeug, gell? Alter, wie komme ich denn hier rein? Alter, hier war ich ja noch nie. Ach, da war sie doch. Jetzt bin ich aber verwirrt. Ah, die ist hier drinnen. Scheiße, wie komme ich denn hier rein? Oh, bin ich blöde. Bin ich blöde. Ben, was geht? Gruß, Digga. Lad dir auf jeden Fall Wurzeln nochmal runter, dass wir mal ein Ründchen machen können. Ey, Leute, keine Waffe drinnen. Alter, das kann doch nicht wahr sein, ey. Oh, leck mich am Arsch. Alter, fast fünf Minuten im Spiel und keine Waffe. Ich gebe das Ding hier auf, sonst raste ich aus. Was habe ich eigentlich hier für eine... Ah, einmal frei. Okay, genau. So, blöd, dabei, dabei. Bisschen konzentrieren hier, ne? Schlepp. Weil, ne, nehme ich nicht, ey. Habe ich keinen Bock drauf. Ja. Da bei deiner schlechten Leitung Ben auf jeden Fall dauert das den ganzen Tag. Oh, das liegt da hinten, komm. Oh, das ist ja hier schon wieder ein Krampf. So, Tür zu. Uh, schmeckt. Aber auf jeden Fall nehme ich mit. Ah, die ist auch nicht schlecht. Die ist auch nicht schlecht. Ja, Ben, auf jeden Fall. Morgen, da wird das schon was. Demo Cry, was geht. Gruß, Digga. Wie war euer Tag? Alles fresh bei euch? Ich habe mir irgendwas verringt am Hals. Oh, ich habe ja keine Zweitwaffe. Oh, Alter, meine Muni war der. Habt ihr das gesehen, ey? Ah, shit, war das billig, ey. Krass. Was hat denn er hier? Nehme ich auf jeden Fall mit. Alter, war das billig von mir. Warte, der war ja voll lost, der Typ, oder? Der hat doch nicht einmal geschossen. So, warte mal, wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin? So, ne? Ah, komm, ich gehe hier hinten noch rein. Komplett lost. Lol. Ja, Ben, auf jeden Fall, lol. Ich muss noch mal gucken, ey. Ich weiß gar nicht, ob mein Chatbot hier mal was macht. Oh, shit. Vom wo, vom wo? Oh, vom anderen Dach. Gib ihn. Oh, komm hier. Gib ihn, gib ihn, gib ihn. Oh. Aber er hat mich weiter weggemacht, ey. Uh. Uh. Wer ist der Killer? Pam, Junge. So geht das. Feindliche Drohne über uns. Tja. König, König. Ist hier noch einer? War hier noch einer? Der Feind nähert sich. Oh, hier kommt einer runter auf dem Dach. Feindliche Drohne über uns. Wo war der? Wo war der? Der war auf jeden Fall bei mir irgendwo. Ist der zum Loot? Ne. Soll ich hin? Ah, das ist mir zu offen, ey. Das ist mir wirklich zu offen. Ah, ich marsch hier weiter. Oh. Oh. Puh. Puh, 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 puh. Lad das Ding mal nach hier. So. Ja, keine Ahnung, ey. Mein Chatbot. Ja, es geht. Bin ganz okay, Ben. Äh. Ach, ich guck danach. Weil mein Chatbot irgendwie, der macht hier ja gar nichts. Der sollte mal ein bisschen Werbung heute hier ballern. Über Stream Elements. Habe ich mich heute mal drum gekümmert. Oh. Warte mal, warte mal. Warte mal, wo müssen wir hier hin? Ist hier ein Fahrzeug? Ne. Ne, ne, ne. Oh, was ist das hier? Laufen wir hier lang. Ich vergesse auf jeden Fall immer auf die Dächer zu achten. Ich wollte es gerade sagen. Von wo, von wo, von wo. Von wo. Oh, fuck, ey. Da war's geblendet, ey. Mist, ey. Hätte klappen können mit der Rakete. Scheiße. Ab in Gulag, ey. Ab in Gulag. Ja, moin. Was macht denn hier der Chatbot? Mal gar nicht. Anscheinend. Du, Chatbot. Timer. Ja, überhaupt. Aktiv. Bot-Timer. Aktiv, aktiv. Ja, keine Ahnung, ey. Schwieriges Ding. Ja, der jetzt hier zu gucken ist. Ist los. Ich muss zocken. Warte. Oh, shit. Wo habe ich denn her? Ich höre ihn. Von wo? Gula-Killer, Gula-Killer. Ich grüße dich, Kamerad Kosta. Was geht? Nachher, äh, Runde zocken auf jeden Fall, gell? Keule, du weißt Bescheid. Drei Kills. Ich bin noch am Start. Soll ich da runter? Ja, komm. Ich versuche es jetzt einfach. Scheiß drauf. Scheiße. Oh, fuck, ey. Fuck. Voll abgeschmiert. Oh, Mann, 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 ey. Das war schlecht, Leute. Abgeschmiert. Drei Kills. Fuck, ey. Schattenlauf. Mist. So, was ist denn hier? Hat Maschko verpennt, ey. Ben, kennst du dich aus hier mit Chatbots und sowas? Stream Elements. Ich weiß nicht, irgendwie so richtig bei mir scheint das nicht zu funktionieren. Ja, Kosta, voll, what the fuck, abgeschmiert. Ja, egal. Das machen wir hinten raus. So. Ist doch alles aktiv, der Shit. Boah, siehst du mal. Ich als Computer-Crack-Head. Geht gar nicht. Den musst du als was hinzufügen, damit er schreibt? Als Moderator? Wo muss ich den als Moderator hinzufügen? Also ich habe den bei ihr Stream Elements aktiviert, ja. Wie kann ich den als Moderator bestimmen? Shit, gute Frage. Ach, wenn nicht, mach ich das später, gucke ich das mal. Das ist heute auch das erste Mal. Pepperring. Servus, was geht? Gruß, Digga. Gerade schön in der Runde abgeschmiert. Oh, egal. So, scheiße, vor allem lief gut. Er hat drei Kills. Und schmier ab mit dem Fallschirm, geht gar nicht. Mach ich mit Randoms. Ja, Kosta, soll ich bei dir reinkommen? Weil, äh, Maschko ist irgendwie nicht am Start. Ach komm, ich frag das gar nicht. Ich geh mal bei Chuck Norris rein. Oder bist du gerade in einer Party? Chuck, Baby. Chuck Norris. In YouTube-Einstellungen. Ja, den musst du Moderator hinzufügen. Ach so, in YouTube-Einstellungen. Aha. Okay. Ja, muss ich dann nochmal gucken, Ben. Aber cool, danke. Schon mal ein wichtiger Tipp. Und wo gehe ich da bei YouTube dann rein? In den Chat da irgendwo? Und dann Moderator suchen? Oder... Ich habe keine Ahnung, ey. Also, ich bin bei Computer-Dingen, bin ich bei den meisten Sachen voll raus. Bin ich voll raus. Äh, Chuck. Kosta, lad mich mal zur Party ein. Ihr seid in einer Party, oder? Ich höre dich nicht. Chuck Norris. Oder warte mal, kann ich dir beitreten? Wo bist denn du hier? Bist du die Crew hier, oder was? Beitreten. Ne, warte mal. Wir sind ja alles drin. Nicht, dass ich hier im Falschen reingehe. Ne. Doch, du bist hier drin. Ich gehe einfach mal... Warte mal. Ich warte mal, dass auf jemanden joint. Wir sind vier. Na ja. Los geht's. Ready. Ready. Warte mal. Kosta. Bist du hier in der Party? Ja, ich war jetzt total verwirrt, ey. Jetzt war ich voll raus. Warte mal, jetzt musst du Updaten noch machen. Äh, keine Ahnung. Wie viele sind wir denn jetzt? Na, vier, oder? Ja, ja. Keine Ahnung. John Rambo. Jawohl. Zu viele. Zu viele? Ja, wir sind vier. Ah, shit. Oh, shit. Lacky, was machst du denn? Hä? Ja, wenn nicht, gehe ich nochmal raus. Ich bin ja jetzt als letzter gekommen. Ist ja kein Problem. Ja? Ja, ein, zwei Runden, da komme ich zu dir rüber. Genau so machen wir es. So ist der Plan. Jungs, haut rein. Ich komme mit, ich komme mit. Ja, komm mit, Junge. Da war ich. Alles gut, ich gucke mir ein bisschen den Livestream an. Ja, mach das. Ah, ich gehe aus der Party raus. Warte mal. Ey, wo war ich denn jetzt drinne hier? Die Crew heißt die. Ja, ja. So. So. Siehst du? Maschko hat mich in den Stich gelassen. Mein Bruder. Ja, mach ich jetzt einzeln, Alter. Jetzt warte ich hier auf gar keinen. Ey, ich lade jetzt auch keinen ein. Wie im wahren Leben. Einzelgänger. So. Fert, jetzt schon mal ein Sieg. Ich habe es im Gefühl. Voll im Urin. Ah, da hätte ich mich mal mit dem Chatbot Ben vorher mal richtig schlau machen müssen. Das hat nämlich heute irgendwie nicht so hingehauen, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, egal. Na, nochmal. Leute, nicht vergessen. Lasst ein Like da. Kostet euch nichts. Nur eine Sekunde eures Lebens. Und ein Abo wäre natürlich auch nicht schlecht, ne? Der Feind nähert sich. Wir sollten euch aufwärmen. Der Einsatz geht bald los. Boah. Boah, was war denn das gerade? Aber Fraulich. Jo, merci. Dankeschön. Bis Freitag. Bis zum nächsten Mal. Pan, naja. Auf jeden Fall, ich mich auch. Trink mal schön ein Käffchen und so. Zeig ich euch mal meinen Pizzaofen. So. Ach komm. Gleich hier runter. Ist einer hinter mir? Ja. Wo ist er? Oh, den hatte ich bei noch und da musste ich nachladen, ey. Ah, ist ja schon wieder ein krasser Start. Ach, wer kennt's nicht. Das ist halt Wursung. Wursung. 20 Runden und eine nur gut davon. Du bist gleich. Du bist gleich. Hör zu, Soldat. Wenn du hier gewinnst, geht's wieder an die Front. Aber wenn du verlierst, musst du kommen. Du bist dran. Ja. Einfach schießen. Einfach immer schießen. Oh, den habe ich nicht mal gehört. Gesehen. Nichts. Nada. Pack auf, ey. Ich muss mal gucken, ob ich noch Teig da hab. Wenn nicht, muss ich welchen machen vorher. Ja klar. Mach mal Pizza. Schönes Mittagessen. Läuft. Können wir machen. Ja. Müsst du nur, äh, 20 Euro berechnen, gell? Pro Pizza. So, was denn hier mein Chat? Ich versuch mal hier kurz, äh, ob ich da den Chatbot aktivieren kann. Aber ich glaub, das geht da gar nicht. Ah, ich drück gleich nochmal eine Runde ab. Muss man hier nicht so lange warten. Ne, gell? Teilnehmer. Moderatorverwaltung. Moderatorverwaltung. Und es lädt. Gibt hier auch mal was auf? Ja, jetzt ja. Es lädt, es lädt. Ah, wer ist denn hier? Kosta, Terry ist Moderator. Kein nix. Umut. Oh, was? Oh, was? Friedrich Steiner. Äh. Ben, wo, wo stellt man das denn hier ein dann? In diesen Moderator-Einstellungen. Vereinbarung, Community, Berechtigung. Standard-Einstellungen für Uploads-Kanal. Ah, boah, das ist mir jetzt nebenbei zu hoch, ey. Ihr solltet euch aufwärmen. Der Einsatz geht bald los. Das ist mir zu hoch. Scheiße, Rund auf. Ja, lassen wir's mal krachen hier. Ich werde nachher auf jeden Fall eine Pause einlegen. Dann erstmal was spachteln und dann bin ich voll am Start für euch. Bei Stream Elements gibt's irgendwo einen Link für den Chatbot. Den musst du dann bei YouTube als Moderator hinzufügen. Ah, so läuft der Hase. Alles klar, den Link dann bei YouTube irgendwo einfügen, ja. Ja, mach ich nachher mal. Ich mach ja nachher so eine halbe Stunde eh eine Pause. Aber komm nachher nochmal live. Heute hab ich Bock. Heute hab ich auf jeden Fall gut Lust drauf, mit den Jungs ein bisschen abzudatteln. Und hoffentlich geht dann der Chatbot. Da knall ich euch richtig mit Werbung voll, ey. Ja, klar. Ach, kein Stress ist jetzt auch Ben gar nicht so wild. Wenn's nicht geht, geht's erstmal nicht. Ist drauf geschissen. Das ist der Airport, Airport. Ja, komm. Wir gehen Airport runter. Aufs Dach. Yalla. Ah ne, komm, da liegt eh nix. Ne, ne. Nicht aufs Dach. Da liegt ja wirklich gar nichts mehr. Gehen wir hier runter. Gehen wir hier runter. Gehen wir hier runter. Oh shit, ey. Wir gehen hier rein. Warte, mach die Platte. Ja, komm ruhig, komm ruhig, komm ruhig. Wo bist du? Jetzt hab ich wenigstens mal ne Waffe hier. Bin zwar nicht so der LMG Spieler. Ah, hier sind auf jeden Fall hundertprozentig welche. Von wo, von wo, von wo. Wo ist er, wo ist er? Wo war'n der, Alter. Willst du mich verarschen? Damit er bin schneller. Ah, was hab' ich gesagt? Abrasiert. So. Du Kamler. Nicht mit mir. Ah, was hab' ich gesagt? Da kommt mir das LMG weg auf jeden Fall. Damit kann ich nicht spielen irgendwie, ey. Völlig rasiert. Ich muss weg hier. Chill, 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 chill. Uh. Concentration hier jetzt. Was für die überhaupt? Muni? Ah, ein Schuss. Noch eins zum Nachladen. Ah! Nee, auf keinen Fall. Panzerplatten. Dabei. Geht her. Da bewegt sich. Habe hier ein Teil Panzerung. Ah. Jetzt nehmen wir's mit. Warte mal, wo mich denn hin? Irgendwo hier in die Richtung. Markiert. Ich geh. Ah. Nehme ich die? Ist schon. Ah, ich weiß es nicht. Komm. Ich nehme sie. Scheiß drauf. Das war's. Auf Distanz besser auf jeden Fall. Das Gas breitet sich aus. Ah, voll Nackenschmerzen, ey. Patrick. Gruß, Digga. Was geht? Schön, dass du im Stream bist. Freut mich. Ah. Mit einem LMG bist du irgendwie so lahm, ey. Guck mal hier, wie das schon anvisiert. Drei Jahre. Später. Jetzt sind wir mal ganz brutal. Komm, hier ist doch hundertprozentig einer. Ich schriech den Aal doch. Komm hier, Rakete her. Ah, das Visier ist ja komplett scheiße von dem LMG. Geht ja gar nicht. Komm hier, dahinter so ein Ding legen. Zack. Ich schloss den Hand drauf. Ich hör was. Ne. Ah, ist irgendwie hier alles. Boah, ficken. Wo sein, wo sein, wo sein. Boah, was geht denn bei den Hund. Ah, mit diesen Drecks LMG. Und wo kommt der? Der ist da drüben. Komm ich da durch? Der ist auf dem Dach. Fuck. Ich hör ihn rechts. Ah. Fick, er hat mich gut, ey. Das gibt's doch nicht. In die Fresse geschissen, Alter. Ah, was ist denn mit den Scheiß-Drecks LMG, ey. Da reiß ich gar nichts. Justin, Gruß, was geht? Was geht? Timo, ach so, gar nicht. Grüßt. Gruß geht raus auf jeden Fall an alle. Lasst ein Like da. Kostet nichts. Würde mich freuen. Ach, ich bin den Scheiß-Drecks Gulag, ey. Käpt'n Tom. Los jetzt. Boah, den hab ich nen Hit gegeben. Boah, Gulag-König. Kuss, Kuss. Kuss geht raus. So, wo marsch hin, wo marsch hin. Komm, TV-Station schliebe das irgendwie. Ah, ist ein bisschen weit. Ah, ne, komm her. Verholen wir uns mal hier. Den A. So, jetzt bitte nicht nochmal abstürzen. Oh, ey, wirklich hier. Mit Mut. Das geht ja gar nicht mehr. Keine Waffen. Ja, komm bei mir runter. Nein. Ah, komm, scheiß drauf. Komm schon raus. Oh, voll. Oh, shit. Und ich hab keine Waffe. Ja, verpiss dich. Schieß mich weiter. Ah, du kriegst mich nicht. Komm. Und weiter. Habe ich genug Muni eigentlich? Wiss ich gar nicht. Ich komm hier um uns jetzt. Für die Frechheit. Wo schießt denn der? kleiner Pimmel, ich komm hoch zu dir. Ich bin dein Vater. Ah, komm her. Hat der was geworfen, der kleine Gammner? Ist der runtergekommen? Ah, er hat mich schon anvisiert. Ah, er hat mich schon anvisiert. Ah, ich hab's schon gesehen. Ich hab's schon gesehen. Oh, er hat mir aber wirklich sofort einen Hit gegeben. Nee. Ah, ja gut, er hat die bessere Pose, gell? Scheiße, was mach ich? Was mach ich, ey? Ich hab auch gar nicht so viel Schuss, ey. Habt ihr das gesehen? Hab ich die weggeputzt, den kleinen Gammner da oben auf dem Dach, ey. Wer ist der König? So. Da war er auf einmal weg. Da war er auf einmal weg. Ha, shit. Jetzt muss ich aber aufpassen, ey. Ich schreie schon wieder viel zu viel rum hier. Schön den Hattie verpasst. Ja, die K98 ist einfach Traum. Ist einfach Traum. So, erstmal hier schön. Er hat bestimmt noch schön ein Schild oben liegen. Das gönne ich mir jetzt mal. Oh, hier ist ein Schild. So, wo war der kleine Drecksack? Ah, da oben. Da bist du gestorben. Oh, Mann. Oh, Mann. Gib alles, was du hast. So, ich werde verfolgt auf jeden Fall. Ah, das hier oben gefällt mir auf jeden Fall schon mal gar nicht. Oh, Mann. Der Feind nähert sich. Wo? Ah, komm hier ruhig. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Unter mir bestimmt irgendwo drinnen. Ah, das ist doch eine miese Brise. Scheißegal. Habe ich C4 mit? Ja. Ah, ich habe doch schon einen Herzschlag-Sensor. Hä? Ist der weg? Oh, schießt einer auf mich? Boah, fuck, Alter. Wir werden uns revanchieren. Guck dir das an, miese Brise. Hat er mir mein Leben genommen. Oh, das war wirklich die Revanche gerade eben, ey. Scheißegal. So, auf jeden Fall noch eine Runde Marsch. Da marsch erstmal Päuschen. Weil da gibt es erstmal hier Leckerlis. Und dann gehe ich wieder live. Standard. Ah, schön. Schade. Schöne Runde. Ah, die eben war auch nicht schlecht, die erste. Ah, das war jetzt mies, ey. Vor allem, ich habe es noch gesagt, der schießt auf mich. Shit happens. Aber jede Runde jetzt drei, vier Kills. Man muss doch mal mehr gehen jetzt. Oh, ich bin auch Crossplay. Fuck. Oh, das wollte ich gar nicht mehr aktivieren. Ach, komm, scheiß drauf. Nee, wirklich Crossplay, da sind mir zu viele Hacker oft unterwegs. Wir warten auf den Einsatzbefehl. Zeit zum Aufwärmen. Yo, 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 yo. So. Ey, der wird nicht geschossen. Der Feind näher sehen. Nicht mit mir, du Rattenbengel. Ja. Ach, komm, scheiß drauf. Lass die Runde hier. Das lädt eh noch. Scheiß drauf. Ja, Ben, mach mal auf jeden Fall Freitag, wenn du doch im Chat bist. Auf jeden Fall Leute, nicht vergessen. Liken, liken, liken. Support ist kein Mord. Kostet nichts. Wenn du nicht schlägt, verpissen. Wenn du nicht schlägt, verpissen. Royal. Gas nähert sich deiner Position. Begib dich in die Sicherheitszone. Ja, wollen wir TV-Stationen? Nee, haben wir vorhin gemacht, TV-Stationen. Nee, komm, Downtown. Downtown, geh mal runter. Aber wirklich, in Solo hol ich den Sieg nicht. Kannst du knicken irgendwie. Alter, ist viel zu verschwitzt, die Scheiße hier. Hallo, Laura. Huus. Leute, abonniert mich mal einer. Ich muss mal checken, ob mein Stream Elements funktioniert. Ob meine Alots auch reinknallen. Das wäre echt nice. Oh. Gib mir Waffe. Was ist hier drunter? Lecker. Lecker. Ach, was? Nächste Woche machen die wieder auf? Oder was, Laura? Ach komm, ich nehme hier die noch mit. Wo ist die Kiste? Wo ist die Kiste? Ach, die ist wieder über mir? Oder unter mir? Unter mir? Unter mir? Ach, ich jump hier einfach so runter, ey. Wie Rambo. Ein feindliches Team jagt dich. Pass auf. Schöne Scheiße. Ich hab gedacht, ich hab was gehört. Ne, doch nicht. Ah, hier sind zu viele Ecken, ey. Ich muss hier raus. Ah, Schild ist nicht schlecht, ist nicht schlecht. Ah, ne. Ach so, gleich kommen sie. Na, hätt ich mir die Munition sparen können. So, erstmal gucken. Brücke vor. Uh, uh, uh. Viel hast du nicht verpasst. Auf jeden Fall, mein Chatbot funktioniert nicht, den ich heute eingestellt habe. Da habe ich irgendwas vergessen, einzustellen noch. Und ich hoffe mal, dass meine Alerts funktionieren. Also Leute, haut mal auf die Tasten. Abonnieren, abonnieren, abonnieren. Ah, ich lauf wieder viel zu offen irgendwie. Ah, da ist einer, oder? Ah, ich hab gedacht, ich hab ihn gesehen, ey. Ich hab schon halbes, ey. Oh. 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 Ah, die Kackdächer hier, ey. Darf ich nicht aus den Augen lassen. Oh, mein Nacken, ey. Immer noch zerstört. Ah, die Stelle ist irgendwie so mies, ey. Hier gammeln sie immer oben irgendwo ab. Ist wirklich so. Boah, ich geh jetzt hoch. Oh. Oh, bin gut in der Sonne. Ich habe keinen Sniper, das ist nicht cool. Ich mache mich einfach weiter. Ja, ich weiß, ich könnte was kaufen, aber ich lasse es noch. So, hier gehen wir mal jetzt hin. Schmeckt. Los. So, Sinsa, 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 geht hier was? Feindliche Drohne über uns. Ich habe so ein Gefühl, hier ist es zu ruhig. Hier geht irgendwas. Kiste ist noch da, aber man weiß nie. So, jetzt müsste ich auf jeden Fall mal was einkaufen. Warte, ich nehme gleich mein Fahrzeug mit. Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Ah, die Runde zieht sich irgendwie, großartig kaum eingesehen. Da war auf jeden Fall einer. Das ist schon mal, fuck. Scheiß drauf. Alter, in meiner Ecke ist ja wirklich gar keiner, oder was? Das kann ja nicht sein. Das kann ja doch nicht wahr sein. Wo ist denn das Ding hin? Warte, wie weit ist das weggerollt? Unmut, Salam. Was geht's? Mir geht's gut hier. Ich werde gleich erstmal was essen und dann gehe ich nochmal live. Ich werde erstmal ein Päuschen machen und nachher zocke ich mit den Jungs. Wollte mich mal hier an Sudo versuchen. Lackisch, hier geht er. Bei mir geht gar nichts. Ich sehe es gleich kommen, ey. Scheint safe zu sein. Also wirklich, ey. Ich bin die ganze Zeit hier auf Achse. Ich sehe keine Sau mehr. Die campen alle nur noch irgendwo ab. Habe ich eine Maske? Nein. Ist wirklich so? Ich habe jetzt hier keinen Bock, irgendwo abzukampen. Warte, habe ich was gehört? Ich werde voll nervös. Ich schaue sie mal lieber aus. Wo ist er? Hier irgendwo. Vor mir. Oh, wie ging das denn, ey? Er hat mich aber sofort registriert, Alter. Er hat hundertprozentig Drohne. Guck mal, er hat ja gelauert. Alter. Wie geht das? Er sieht mich durch die Wand, oder was? Ah, wirklich Leute. Macht Crossplay aus. Könnt ihr nicht zocken, ey. Könnt ihr nicht zocken. Also, entweder der musste Drohne angehabt haben, oder es war ein Cheater. Oh. Oh. Was war das? Angehittet, Alter. Das war ja... Salben, Alter. Oh. So, Leute. Auf jeden Fall, lasst ein Like da. Ich bin später nochmal am Start und ich bin jetzt raus. Peace out. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.